hallo und willkommen zu einem neuen canopy growth update wollte eigentlich schon keins machen aber er hat heute schön abverkauft in richtung der der sage mal zielzone für diese dritte welle hier unten und deswegen dachte ich gebe euch ein update aktualisier hier mal den widerstand für die welle 4 die er jetzt auch dann irgendwann starten könnte denn im letzten video noch erwähnt soll das war der hund im hintergrund im letzten video noch erwähnt haben wir ja gesagt wenn wir jetzt hier mal noch weiter nach unten laufen ja und dann grundsätzlich erst mal überlegen dass das ja die c welle sein soll zumindest mal in der bullischen struktur übrigens habe ich will heute gar nicht so lange hier machen ich habe gestern noch mal die ganze mikrostruktur durchdiskutiert wir wollen das heute ganz kurz halten dann also in dieser c welle der 2 soll er ja in diesen bereich eintauchen und dann muss man aber auch im nächsten schritt sich die mikrostruktur anschauen und die sieht noch nicht fertig aus nach unten also die mikrostruktur an sich die schlägt eigentlich noch vor dass es noch eine 45 geben soll ich habe jetzt mal den widerstand hier angepasst für diese welle 4 das heißt wenn wir jetzt hier hier ist ein guter punkt mal abzuprallen dass nämlich die 100 prozent extension zumindest korrektiv klar kann auch was bullischeres bei rum kommen aber da habe ich noch absolut überhaupt keine beweise für das heißt hier kann man jetzt auf jeden fall mal schauen dass er hier vielleicht reagiert und den widerstand läuft als nächstes das zumindest mal das sind so die parameter auf die ich in den nächsten tagen mal schauen würde nach unten die nächste unterstützung liegt bei 6 dollar 42 und dann haben wir die 6 dollar 16 ja also jetzt ist natürlich erst mal hier das 7 dollar niveau wichtig das haben wir auch im gestrigen video durchgesprochen und nach oben die widerstände zwischen 8 dollar 21 und 9 dollar 10 wie im gestrigen video auch erwähnt bleibt der abwärtsdruck erhalten und hoch solange wir nicht über den widerstand ausbrechen können also das sind die wichtigen parameter jetzt ist auch langsam diese c welle innerhalb der drei lang genug denn kurze erinnerung die idee ist ja wir haben eine a welle nach unten eine b welle nach oben dass die c welle nach unten die aber eine endende diagonale darstellt die welle 1 hat drei wellen die welle 3 hat drei wellen die 5 soll dann auch eine abc sein und dann kann man auch noch mal anhand dieser unterstruktur also nehmen wir die länge der welle a gehen zum hoch der welle b und jetzt hat er hier eigentlich so auch den bereich erreicht auch für diese unterwelle c dass wir eigentlich in einem idealen bereich sind wo tatsächlich jetzt die vier starten könnte ist das ein long trade irgendwo setup nee eigentlich nicht also für mich ist es noch so dass ich denke er sollte so oder so noch mal weiter nach unten laufen hier eine gegenbewegung ja das ist das wo ich nach schaue dass ich jetzt wirklich das komplett aktiv schon drin habe sehe ich noch nicht aber wir kommen natürlich nahe also ich habe es ja die letzten zwei wochen drei wochen schon gesagt dass wir hier nach unten wahrscheinlich laufen jetzt sind wir ja auch in dieser unterstützungs zone jetzt sogar noch in dieser weißen ziel zone angelangt und das heißt wir kommen ja schon näher an die an die das ende der korrektur vermutlich aber noch kann man es halt nicht bestätigen und es sieht auch noch unfertig aus ich habe euch aber auch gesagt dass wir wahrscheinlich so im bereich um die 6.40 möglicherweise landen oder in dem bereich zwischen 6.40 und 5.26 einfach mal das übergeordnete bild betrachtet weil wenn das das ist halt jetzt gerade die voraussetzung wenn das die bullische struktur ist das heißt dass wir fünf wellen nach oben hatten und drei wellen nach unten ja dann ist es ja vermutlich hier eine welle 2 und dann ist es so dass in so einer welle 2 ja oftmals die also die beendigung der korrektur die korrektur beendet normalerweise um die welle 4 eines niedrigeren wellengrades und das ist ja so dieser bereich hier dass diese welle 4 bei 6.30 6.20 so in diesem bereich ja also da haben wir vermutlich hier so zusätzliche unterstützung so ein bisschen ja das gilt es jetzt zu beobachten also alle augen auf den widerstandsbereich wir könnten jetzt hier vielleicht morgen oder so ein abrall da sehen ja wenn nicht dann läuft es aber auch nicht entgegen der prognose weil solange wir nicht die fünf wellen nach unten haben in der c welle ist es schwierig für mich zu sagen dass die korrektur vorbei ist er muss sowieso erst mal uns dann also man kann dann ja sagen okay das ist halt höchst spekulativ dass man sagt ja hier soll hier schauen wir nach einer wende aber für mich sieht es noch nicht fertig aus eine 45 wäre noch ideal wenn er ein tieferes hoch macht und dann noch eine bewegung nach unten macht dann würde ich sagen okay jetzt könnte man vielleicht langsam mal versuchen spekulativ kleine positionen zu hinterlegen aber bitte vorsichtig solange wir nicht ein erstes one two setup wieder nach oben sehen ja also eine erste rallye mit einem höheren tief wo man auch einen engen stop setzen kann bitte nicht aggressiv hier irgendwo long gehen in meinen augen zumindest ja das ist halt bei jedem selber lassen aber ihr könnt ja hier aktuell keinen engen stop stop setzen ja das ist ja jetzt hier alles noch fallendes messer fangen und so aber das sind die dinge auf die ich achte ich werde jetzt gleich noch das pfizer video versuchen nachzuschießen das ist jetzt schon spät ich mache es trotzdem ich hoffe euch das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen abo und ein kommentar und ja schönen abend und guten start in den freitag morgen bis dann ciao b Vielen Dank.